es ist soweit die version 0.2.0 ist released wurden hinzugekommen sind der hier zu sehende klas tucanu mit einem entsprechenden hauwerk dann der jaskin des weiteren ich fliege mal schnell hier rüber die saateinheit für die corn king und natürlich der entsprechende transport anhänger für das hauwerk aber ich würde sagen wir schauen uns das highlight direkt erstmal an den klas tucanu ich schlage vor wir gehen eine runde außenrum und dann setzen wir uns mal ein geliefert wird er mit dem vario 930 schneidwerk hier oben spurführung zu sehen die verstellung hier mit der maus bzw mit dem der hausbild die wird möglich sein dann über die maus sowie über den joystick wenn ich das darauf gelegt habt ja was können wir noch einstellen einige sachen sind nur von innen zu bedienen ganz klar die tür aus der weite dass der transport anhänger lässt sich hinten natürlich an kurbeln nachdem ihr das mehrwerk drauf gelegt habt damit ihr ganz anständig zum nächsten feld fahren können wir fliegen mal hoch das muss ich mal schauen ob wir hier stehen können ja das geht und ihr seht auch hier wieder wahnsinns details die vorhanden sind also hier kleine aufkleber produktschilder von klas wirklich mit nummern und scan code dann hier ein klubser ja sagen wir nicht reinfallen ist ja ganz klar unser korn tank dem wir ich weiß gar nicht wie viel ladevolumen der hat wir schauen mal ins menü das dabei steht 10.000 liter genau hier können wir noch was sehen motorleistung 345 ps maximal 25 km h 650 liter und benzin tank ist ja aktuell noch irrelevant weil wir noch nicht nachdenken können ja kurntank hatte ich gerade schon gesagt die länge des ausrufs muss natürlich dann zum schneidwerk passen mit 9,3 metern also ein größeres haben wir hier wahrscheinlich gar nicht anbauen können ohne rangieren zu müssen wenn wir dann entladen wollen entleerzeit steht sogar mit dabei entleerleistung super wende radios und die attaches die vorhanden sind und ich denke mal die bei fähigkeiten dass einmal ganz rechts getreide ernte und dann links vermutlich der strohauswurf den der drescher hinten dran hat das vorsatz denke ich so weit schon erstmal zum äußeren also das sieht wirklich super anständig aus gefällt mir sehr gut wie gesagt die qualität die habe ich das gefühl wird von mal zu mal immer besser ja hier überall warnschilder und dinge die beachtung finden sollten und steigen wir mal ein das gute stück und auch hier wieder über die strg taste könnt ihr das ist die parkbremse sehr gut denn hier die den lenkrad stock könnt ihr verändern zum einen aussteigen den winkel ja die tür geht auch wieder zu hier oben die beleuchtung schreibt alles durch rund um leuchte geht dann die arbeitslichte alle die hat da könnt ihr auch bis spät in die nacht arbeiten noch genau warnbling anlage hier die tür geht noch zu öffnen wird aber wahrscheinlich in echt eher selten stattfinden vielleicht mal um service arbeiten durchzuführen und dann hier schauen wir mal kurz von außen genau da fährt er den tank schon ein klappten ein um sich eben für den strafentransport vorzubereiten dann könnt ihr ja ganz normal die maschine starten und eigentlich schon so ihr denn schon habt in euer getreidefeld hinein stechen und wenn ihr das dann gemacht habt und den tank entleeren müsst da bietet sich das natürlich an den jaskin 50 25 zu nutzen der gute 10 ton fassungsvermögen hat da kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen wie das aufgeschlüsselt ist der hat ja 10.000 liter er hat 12,1 kubikmeter müssen wir dann im let's play mal schauen wie viel mehr dräger wir hier drin abtanken können aber dazu dann sicherlich später mehr und auch hier wieder warnschilder ziehen sie die schrauben nach ja gut ziehen sie die schrauben nach ich dachte da kam noch was deswegen klang das so komisch und auch hier wieder verzinkter rahmen beleuchtung alles vorhanden und ich bin echt gespannt wie der spieler zu verändern ist als soll ja die möglichkeit geben den umzubauen dass man wahrscheinlich die seitenwände abnimmt um seine ballen dann irgendwann zu transportieren oder vielleicht sogar eine überleite schnecke hinten hinten anbaut an die rutsche um seine sähmaschine zu befüllen vielleicht noch eine planung oder so was vielleicht das noch geplant also das weiß ich nicht könnte ich mir aber durchaus vorstellen sind hier die spann ketten mit die boot nicht auseinander gedrückt werden die leiter hier klappt hoch und jetzt was abgekackt die leider klappt keine ahnung wie das jetzt passiert ist die leider klappt hoch beim anhängen anhänger genauso wie der stützfuß hier könnt ihr die handbremse dann lösen das wird auch da da bewegt sich was hier das das total cool ist das gesehen achtet mal hier auf das drahtseil ziehen wir die bremse wieder an was das cool oder wahnsinn also ich bin wirklich hellauf begeistert von der qualität wieder die entwickler glaube ich übertreffen sich hier mit jedem neuen update immer mehr und wenn man bedenkt in welchem status für uns noch befinden das wird einfach nur der wahnsinn jetzt natürlich zu dem gerät ohne dass das andere keinen sinn macht die hammer konnten die hatten wir ja schon ich steig mal in den schlepper um euch das besser zu zeigen die konnten hatten wir schon und hinzugekommen ist die seiteinheit für getreide ich klappe das jetzt mal auf und achtet mal hier auf dir hier auf die versorgungsschläuche wie die sich strafen also mir gefällt das super gut und wenn ihr dann das richtige saatgut eingefüllt habt da könnt ihr dann auch loslegen und eure eigenen felder bestellen mit dem getreide die pflegen um dann mit dem tucano loszulegen und die erste ernte einzufahren wie gesagt ich freue mich sehr drauf ich werde mit dem let's play dazu beginnen in meinem vorherigen einfach weitermachen jetzt halt eben mit dem getreide und ich freue mich da sehr drauf ich danke euch unheimlich fürs zusehen danke für die abos die ihr mir da lasst und die däumchen und ich hoffe wir sehen uns dann im nächsten let's play teil in dem wir uns an die getreide ernte machen beziehungsweise erstmal an die aussaat und bis dahin